Hallo die Freunde! Herzlich willkommen zurück zu Sonic Adventure 2. Zu Rancho Ordentlich at Home. Wir haben entschieden, was wir in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon gemacht haben. Ihr findet es in den Kommentaren zu diesem Video wahrscheinlich schon. Rancho Ordentlich hat eine eigene Facebook-Seite. Der Kleine hat es verdient, das dachten wir uns. Und ja, er ist ab jetzt immer hier in der Beschreibung. Findet ihr hier seine Facebook-Seite. Rancho ist, glaube ich, sehr aktiv auf Facebook. Das heißt, solltet ihr... Er ist ein großer Führer, ist ein guter Mann. Hat ein schönes Profil drin. Wir müssen dann ein Tinder-Profil verwandeln. Dann machen wir ein Video. Wie wir mit Rancho Tindern, Alter. Nein, aber ich glaube, das kennen wir nicht. Weil... Weiß ich nicht, dann müssen wir die Leute ja irgendwie zensieren, oder? Ja, stimmt. Wir schreiben dann einfach mit Rancho irgendwelche Leute. Und dann werden wir die Kommentare, die wir zurückkriegen, zeigen wir ihnen dann. Das machen wir. Oh Gott, das wird gut. Oh Gott, ich liebe Rancho jetzt schon. Freunde, das ist wieder so ein geiler... Was hast du schon gesehen? Ja, das war echt knapp. Du dreckiges Ohr! Ich bring dich um! Oh, perfekte Scheiße! Nein! 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 Fuck! Das ist jetzt das letzte Leben. Ich weiß es wieder. Ich weiß es. Der scheiß Alien da hat gesagt so... Habum! Hat ihm jetzt einmal mit seinem Bauch so... Habum! Und dann war so tot! Hast du das gar gesagt? Die haben mich auf eine falsche Fährte gelockt. Kann ich bitte... Ein bisschen mehr Speed-Up nehmen, oder? Aber Pingu? Ja! Pingu so... Oh, da war aus! Pingu so... Sonic? Ich hier! Wo du? Oh! Super! Hiiii! 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 Rancho, ich liebe dich! Hast du das? Hast du das? Ja, ja! Der fette Hurensohn! Da hast du Fun! Haben wir wieder ein bisschen was zum Essen für Rancho dadurch! Oh, Baby! Ouch! Ow! Habibibule! Habibule! 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 Das hat Sonic so an sich, deswegen ist er da... der Fakt auf! Nein! Was passiert doch gerade? Was passiert jetzt? Ich sehe irgendein Stillstand! Oh Gott! Oh Gott! Komm, gib Gas bitte! Ich baue mir kein Leben mehr! Du bist jetzt einfach... Du fährst jetzt einfach nur noch safe! So safe es geht! Verstanden? Ich bin ja kein... Ich bin ja keine Lapalien! Ich bin ja jetzt keinen... Ich bin ja jetzt keinen Scheiß! Ein bisschen ist so ein Rancho! Kurzer Moment der Stille! Was ist das jetzt schon wieder? Ach komm! Bitte leben! Bitte Sonic leben! Scheiße! Du fährst! Oh fuck! Oh fuck! Was ist das? Was passiert da? Ich sehe nichts! 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 Wir haben es Freunde! Oh Gott! Ach schön! Es war schön Freunde! Es war... Es war schon ordentlich! Barely made it! Barely made it! Ja... Ziemlich! Fick dich! Ja doch! Ja doch! Ja doch! Ja doch! Er hat schon recht! Okay wir haben jetzt 15 Sonne kriegen! 16! Ja das war... Ich hab mir doch das... Ciao! Wäre schon ordentlich! Ich geh gleich in der Schule! Ja ich war gut in der Schule! Kindergarten! Kindergarten! Ich kann noch gar nicht steuern! Er rennt einmal ein bisschen zur Woche! Das müssen wir gar nicht durch! Warte mal! Gehen wir zum Principal! Vielleicht kannst du ihn anmerden! Das ist der Classroom! Das ist der Principal! Der pädophile Weihnachtswand! Okay! Warte! Warte! So kannst du müssen... Aha! Ah! Die für Ciao sorgen! Die Fahrung! Achso die Paarung! Äh! Ciao Ren! Ciao Karate! Warte! Sag ja nicht die die immer das... Jaja die den Namen ändert! Kannst du Ciao einen neuen Namen geben? Das wird so nicht die Zukunftweise! Aha! Cool! Du bist jetzt beim Ciao Stadium! Ich weiß! Du sagst es bringt nichts! Du musst ihn doch irgendwo anmelden können zum Kindergarten! Ja! Okay! Warte! Bring deinen Ciao hier her! Die besten Wünsche! Bis bald! Ja dann geh wohl... Du musst die Räume auskontraften! Das gerne anders! Du konntest ihn nicht herbringen! Hilfreiche Tipps! Aha! Classroom! Vielleicht musst du direkt zum Klassenlehrer! Ciao da lassen! Nicht dabei! Ich habe ihn nicht dabei! Ciao nehmen! Na kannst du nicht! Was? Unterricht heute! Der Rähtanz! Ich muss den nochmal bringen! Es muss irgendwie gehen! Ja wie?! Ich hole jetzt mal Ciao! Das war nicht so! Ich hole mal jetzt mal Ciao! Ja! Hol ich Rancher her! Frisst Ciao dann den Vogel? Hoffentlich! Rancher? 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 Bist du das? Ja! Rancher? Ah! Don't worry buddy! Schnapp ihn da! Ja er am Bühne jetzt! Ja jetzt mag ich die! Dann ist es aber nicht Rancher! Tee ist es Rancher! Aber es gibt nur einen zweiten! Ja! Ist es Rancher! Hey Rancher! Wir lieben dich Rancher! Du hast jetzt dein eigenes Facebook Account Rancher! Bei dein Tinder Profil Rancher! So! Da habe ich mich küsst und jetzt so da... Oh! Du sollst fliegen! Pingo! Wo ist Pingo? Ich höre das weg da! Pingo! Bring Pingo zu haben! Pingo! Küsst Rancher! Power! Orbe! Aber Swim auf! Holy Shit! Schöne Sonne wie ausschaut! Holy moly! Rancher da! Rancher was ist mit dir passiert? Holy Shit! Ja aber Rancher... Wie der Facebook so oder so... so klassisches Omochow hätte ich gesagt! Omochow! Omochow ist aber ein Problem da! Was ist denn er? A tschau! Ach tschau einfach! Ach so ein Omochow ist... Oh okay! Oh oh! Stamina ab! Stamina! He got Stamina! Aber er isst nur das ganze! Ich so... Äh... Super! Da! Ich füß den! Da! Nehm's mal! Vielleicht er frisst man! Aber da! Perfekt! Is! Is auch! Komm! Das ist gut für deine Stamina! Oh ja das ist gut! Ja! Ja! Und jetzt hast du weggeworfen! Ja! Geh mit Rancher zu dem Ciao for something! Vielleicht gehts dadurch! Ja! Aber das ist Departure! Das ist... Ich hab ihn weg! Scheiße! Ja stimmt! Komm! Kannst du... Kannst du... Jawoll! Okay! Jetzt stellt sich nur die Frage... Na! Nett die Patsche! Na! 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 Du willst das Mikro versichkeln... Wie... Einen verfickten Blumenstrauß! Na! Du kannst nicht mehr Links zu Keinen Countdown, 5 Minuten, 44. Ich hätte mir noch viel Homs. Nein, wir haben es so nicht jetzt. Oh, schön. Warum stehst du jetzt da so? Ich habe eine Kluge und eine Fee. Ja, ich mache Chaos. Ja, ich weiß. Ich will noch mal rennen. Ich bin schneller als du. Was hast du gesagt? Homs, 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 Homs. Ich sage es nur mal, Homs, Homs, Homs. Wir geben gleich um, dann sage ich dir, was der Homs ist. Schau mal, wie er holt so ein Rennen. Wow. Shadow. Das ist das berühmte Shadow-Battle. Shadow sagt, schau mal, sie holt so ein Rennen nicht. Sie gleiten hier auf Schlitzschuhen. Siehst du was? Ja. Hast du schon gesehen was da? Ja, ja, es ist schön. Machst es wieder so wie letztes Mal. Ja, du kannst wohl jetzt mal. Aber lass dich nicht auf... Aber nicht auf dem Abgrund. Nimm das Schringe. Nimm das Schringe. Nimm das Schringe. Nimm das Schringe. Wo ist er überhaupt? Na vorhin. Ah, okay. Ja, hier hat ein... Special Move. Er hat das Inferno. Ich weiß jetzt, das gleich in der Ecke lernen. Ach, 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 ach. Halt, halt. Autsch, ouch, 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 ouch. I can't breathe. Er ist schon wieder weg. Er ist schon wieder weg. Ja. Oh, da braucht Führringe. Du wirst sie brauchen. Da ist er wieder. Jetzt ist er aber so unübersichtlich. Ja. Es ist einfach so unübersichtlich. Komm her da jetzt. Schau, du ganz normal aber haben wir so ein... Kleid der Satt. Ja, kleid der Satt. Ja, kleid der Satt. Grai her da. Ich kann nichts machen. Nein, du bist ein Stück schneller wie er, deswegen holst du ihn ein. Ach ja. Ach ja. Ach ja, stimmt. Das war er auch noch. What the fuck? Holy Motherfuck. Oh fuck! Das ist so ein Glücksscheißdreck. Fuck. Kacke. Ah ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du musstest den Kampf sowieso neu starten. Das ist ja egal. Shadow. Gut, Freunde. Wir machen Shadow in der nächsten Episode von Sonic Adventure 2. Hoffentlich hat euch die Episode gefallen. Schaut's in der Beschreibung vorbei wegen... Rancher. Genau. Lasst vielleicht Rancher auch einen Like da. Vielleicht kriegt Rancher auch mehr Likes wie wir. Hoffentlich. Rancher besser mehr wie sie hat gekriegt. Aber sie hat sich dann auch... Propos zu... Ich werde mal einen eigenen YouTube Channel für Rancher machen. Genau. Und dann bleibt mal ein Video für Rancher. Das war's dann. Mhm. Dann kannst du großartig machen. Okay, howdy dody.